Hallo Leute, hier ist wieder euer MaceMage und heute geht es wieder um ein Nintendo Switch Spiel. Und zwar, wie ihr bereits hier sehen könnt, News by My Real Bro aus You Deluxe. Ja, und nachdem ich dieses Spiel jetzt ausgiebig gezockt habe, kann ich auch jetzt meine Meinung dazu abgeben. Und ich muss sagen, die ist sehr positiv. Liegt auch wahrscheinlich großteils daran, dass ich dieses Spiel das erste Mal gespielt habe, da die Nintendo Wii U nicht wirklich erfolgreich war und ich sie mir nicht gekauft habe. Sonst hat mir das Spiel im Großen und Ganzen gefallen. Die neuen Items waren super. Ein paar, wie ihr seht, das eines der neuen Items war, der Eichelpilz. Der Eichelpilz gab ein sehr gut designtes, ein kleines Flughörnchenkostüm, mit dem man gleiten konnte und sich an der Luft einen kleinen Push nach oben machen konnte. Der einzigste Nachteil daran war, dass man dann so nach unten getaumelt ist, aber das war nicht wirklich schlimm. Wie man hier auf dem Cover sehen kann, gab es auch einen Peach-ähnlichen Charakter, den man durch die Superkrone freischallt konnte, die nur von Toadette benutzt werden konnte und dann sah sie fast aus wie Peach. Auf dem Cover auch zu sehen sind ein paar Pa-Eis, ein Parakupa und ein Paragu-Bar, ein Yoshi, eine Piranha-Flang, ein Luigi-Mario, Peach-Head und Mopsy. Mopsy. Mopsy ist auch ein neuer Charakter in diesem Spiel, wo es erstmalig auf der Wii U rauskam. Er ist so ziemlich unverwund, er kann nur, wenn man eingequetscht oder in Gruben fällt, sterben. An sich sind die Level auch immer schön designt. Manche Level sind halt anspruchsvoller, weil die Sternenmünzen oder auch Star-Coins genannt, ein bisschen schwieriger und ein bisschen leichter versteckt sind. Das ist aber auch nicht schlimm. Es geht ja schließlich um den Spaß am Spiel. Ja, und jetzt würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Würdet ihr euch das Spiel kaufen, nur wegen den zwei Änderungen? Habt ihr es schon mal auf der Wii U gespielt oder habt ihr es auf der Switch gespielt? Meinungen und so? Gerne in die Comment-Haare. Bis zum nächsten Video. Maze-Mage. Bye. Und noch einen zauberhaften Tag. Und noch einen zauberhaften Tag.